so los geht's sind jetzt heute mal hier in anderer besetzung der kollege hat ein paar nette sachen mitgebracht genau erzähl doch mal was haben wir denn hier wir haben hier super charge flashlight cracker also wahrscheinlich mit sie und ich denke mal die sind wohl aus belgien oder frankreich ja hier muss aber Ich muss aber zackig wegwerfen. Und da mit dem Winkel? Guck dir mal die Verarbeitung an. Hat das Schwede. Wir fangen mal hoch an der solche Dinger zu machen. Ja, immer abwechselnd. Nur in Rot. Irre. Schön. Mal gucken mal. Das hier. Die wird gewendig ersetzt. Aber. Kannst du hier auf den Boden legen und lieber anzügen oder schmeißen oder was? Ja, alles klar. Oh, Vater sind die laut. Die haben gedrückt. Und schnell, ne? Schön. Das bitte in der Hand halten, ist da nix. Nee. Ja, und jetzt haben wir ja was irgendwo, das ist ja... Haben wir ja so noch nie gesehen auf dem deutschen Markt. Das kennt man ja eher so aus Amieland. So dieses Woodpecker Label. Ne? Also ist Flower Basket Label. Und sind vermeintlich nicht aus Deutschland, weil hier keine Bam und nix drauf ist. Nee. Und auch kein Importeur. Gar nix. Made in China. Gut. Aber. Was sonst? Frankreich, Niederlande steht hier noch drauf. Ich denke, dass wir drauf hergehen sollen. Bestimmt. Mal gucken. Das scheint ziemlich dick. Ich fragte mal das da zwei Mann drin. Definitiv. Ja. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Oh, Alter Schwede. Was ist? Irre. Oh, da ist schon einer. Das ist aber 90er Jahre, das siehst du. Ja. Sag mal, das Label ist halt. Ist das eine Matte? Das ist eine Matte. Das ist eine Matte. Eine Matte. Zusammengefaltet. Geil. Die hab ich so noch nie gesehen. Ne. Sagt mir auch gar nichts. Und ein bisschen komischem Papier hier noch um die Graue. Ja. Und da hab ich echt ein bisschen... Uh. Mal gucken. Die aufwerfen oder was? Ich glaub, die leg ich hin. Ja, leg die mal hin. Glaube ich auch. Könnte auch schon Mitte 90er Jahre sein. Ja. Na? Ne. Der wollte nicht. Jetzt. Ja, aber ordentlich. Die waren bastig die Dinger, mein lieber Freund. Geil. Geil. Sehr schön. Mega geil. Ja. Das hat's dir doch gelohnt. Ja. Das war doch ein schöner Einstieg. Ja. Ist mir eine Ehre. Ja. Aber... Mir erst hier, ne. Wenn wir hier Sachen irgendwo, die ich so noch nie irgendwo gesehen hab. Genau. Ne. Profitieren wir ja beide von. Auf jeden Fall. Gut. Also. Bis zum nächsten Mal, ne. 1, 2, 3.